Heyo Leute! Willkommen zu einer neuen Feuerwehr von Horizon Zero Dawn. Heute wollen wir uns hier diesen schnieden Langhals da vorne krallen und währenddessen auch noch ein paar Eclipse-Soldaten auslocken. Denn wenn die hier denken, sie könnten noch einen Langhals klauen, haben sie sich mit den Falschen angelegt. So. Haha, sie sind getroffen, wie geil! Okay, wir machen jetzt hier Sniper Elite. Wo ist noch jemand? Da hinten sind alle. So weit komme ich nicht. Um mal hier hochzuschleichen. Danke sehr. Komm, das suche, ey. Gönn dir. Du hast mich nicht gesehen. Du ebenso nicht! Nee. Scheiße! Huh! Das wurde fast knapp. Ich will zoomen können! In den Hinterkopf. Easy! Ah, wir müssen doch. Alter! Hat sich der Langhals gerade gerettet? So weit kommt es noch. Ach, die haben auch einen Verderber. Ja, danke dir! Das wusste ich nicht! Hab ich nicht gesehen! Oh! Ich seh da was mit der Ferne. Na gut, okay. Da gehen wir doch offensiv ran, würde ich sagen. Ah! Piss dich! Oh ja! Genau das hätte ich ja. Genau das was ich anders. Was hab ich denn grad genommen? Hä? Fesselseil schwer! Hä? Schattenseilwerfer. Ah, das hatte ich doch vorher schon. Da war doch irgendwas, was ich aufnehmen hätte können. Oder hab ich da nur Munition aufgenommen? Ich hab keine Ahnung. Hi Leute! Hi! Danke für das Teilen! Das hätte ich gerne! Ganz auf! Ja, Alter! Alter! Ich hasse die! So. Ich versuch für die tut es hier wirklich wenig aufzubringen, weil ich für den hier das brauche. anziehen und feuer alles so ok da kommt schon raus da muss ich kommen was sei denn nicht ich verschwende bei euch nix nee so weit kommt es noch als wenn ich euch munition verschwende ich komme da runter und dann wollen aber besser gesagt ich nicht immer ganz nieke durch haben wir noch immer ein verderber ja wir haben irgendwann verderber nicht geht strategisch vor mit dieser mega knarre ist es ist ok rion ist da noch jemand ich bin gerade in stimmung wenn ich ihn nicht treffe alles da Ernsthaft Der Teil ist es fucking schwer zu zählen Na komm, drück dich doch vor Hala, der lebt noch Hala, das hat echt verfehlt Ey, ernsthaft mal Duck dich jetzt raus, sei kein Schisser So Kleiner Schisser hier, das geht ja gar nicht klar Halt die immer mit ihren Feuerpfeilen Die können ja sonst nix Ich muss nachcraften, weiterklasse Ach du Scheiße So, ist down, sehr schön Der nächste bitte Alter Das ist echt nicht easy Jetzt versuch doch nicht auszureichnen Jetzt duck dich vor, Mann Diese kleinen Schisser Bin ich hoch Meiner, was Interesse? Natürlich Der duckt sich schon wieder dahinter Aber da oben bei dir ist ne Waffe, also komm ich da hoch Oh, das ist ne Waffe, ich hab keine Ahnung Langbeiner real, ja geil Ach schön Wo komm ich denn hier hoch bei dir? Sag doch mal Wo komm ich denn hier bei dir hoch? Wo komm ich denn hier bei dir hoch? Ähm Echt? Wirklich? So schlecht bist du? Okay, da hab ich echt mitlebt mit dir Das wirst du nicht überwachen Ah ne Okay, da hast du deutlich schneller geschossen Achso, dann bist du zuerst tot Ich find dieses Lager ein bisschen Unlogisch Wie komm ich da hoch, verdammt Das ist unfair Die sind doch auch irgendwie hochgekommen Ne Ne, das find ich Ne Find ich uncool Boah, wie komm ich jetzt zu dem Langhals Ich glaub ich muss da hinten rauf Ich glaub ich muss da hinten rauf Ich glaub auch, dass ich da hinten wirklich raufkomme Kommt der Langhals auch irgendwo anders vorbei, wo man raufkommt? Ne, ne Ne Man muss wirklich da hinten dran Aber wie komm ich denn da hoch? Das ist jetzt die große Frage Hm Ich such mal irgendwo eine Leiter Hi Nice Kultisten Wüstenglas Nice Okay, danke dir Ich hab jede Welt, Alter, will ich mich einsammeln Ein grünes Zeug, wollte ich mir das Blau und das Liga natürlich auch Aber der Rest Wie komm ich da hoch? Man Hier Warte, Alter Jetzt kriegen wir hin Hätte ich das doch früher gesehen Was ist das hier? Gehärtet Seit wann kann so eine Munition rumhängen? Ich glaub ich kann von hier aus auf Das ist ja ganz was Neues Kam das durch Update dazu? Also es gab Updates Das ist ja ganz sogar noch höher, wie geil Komm her Komm her Komm schon, Langhals Du bist das Ziel der heutigen Folge, obwohl wir erst bei 10 Minuten sind Okay, dann bist du nicht das Ziel Dann bist du der Hauptteil Der Hauptgang bist du Ist okay, Langhals, Großer Hallo Du wandelnde Satellitgeschüssel Komm schon mal her Komm, beweg deinen füten Arsch Danke hier Das finde ich sehr sozial von dir Ja, kriegen wir hin, Alter Das haben wir bis jetzt immer geschafft Okay, das ist neu Die Passage ist neu Oh shit Upsle Okay Okay, von hier her kriegen wir es hin Und hoch Nice So, wenn du es lang hast Du bist der Letzte In diesem Lande Der uns doch fehlt So So, damit haben wir die ganze Karte aufgedeckt, ne? Oder nicht Bin ich der falschen Annahme Alle Lange ist überbrückt Siehst du mal Trophäe erhalten Sehr schön Wie geil Lange Sonnenfall Ähm Danke Ich dachte schon So Komplette Karte aufgedeckt Geil Geil, geil, geil Und die komplette Karte aufgedeckt Schön Schön So, was ist denn unser nächstes Ziel? Wir waren hier Wir sind Lagerfeuer Dort oben sind Langbeine Wo ich nicht hin will Mann Wo ist das hier schwarz? Ist ein Berg Okay, dann wird das hier das nächste Ziel? Verdauere eine Zone Und dann geht es hier rüber Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist ein Krabben Dann geht es hier rüber zur Brutstätte Doch der hast du verdauere eine Zone Nein, bitte geh weg Aua Herr Langhals Bitte lassen Sie das Das finde ich sehr schön Wenn Sie das lassen Danke So Deine Wächter hier Wurde glaube ich vom Langhals Zertrampel Kann das Das sieht geil aus Warte mal Wie geil sieht das Plateau denn bitte aus? Das sieht mega aus Alter, das ist Panorama Ich muss mir den Ort hier markieren Warte mal Ähm Ich kann da nur Wegpunkte setzen Okay, ich merke mit das Plateau schon Weil die muss ich unbedingt zurück für Screenshots Hi Rayon, das Monster Kaninchenknochen Nein, bloß nicht Bloß nicht Nein, ich nicht Nein Mach ich nicht sowas Aber in Horizon darf man das In Horizon darf man das In Wirklichkeit Kaninchen Nein, süße Dinger und so Aber in Horizon darf man das In Horizon darf man durchaus mal Ein schönes Kaninchen Mit Fälle über die Ohren ziehen Das ist legitim Dafür ist Horizon da Um Kaninchen das Fälle über die Ohren zu ziehen Zertrampel Hoah Dachte schon Alter, noch fünf Alter Die Schlucht hier sieht aber auch mega aus Was hast du? Achso, dann schnapp mal Das ist auch eine geile Ebene Mit den roten Felsen und so weiter Das hat schon echt Stil Aber wisst du was? Noch mehr Stil hat es, wenn wir hier Wenn wir schon in so einem wilden Westengebiet sind Dann haben wir jetzt auch unser Pony Cowgirl, ey, Leute am Start Aber es sieht wirklich so aus Hier der Canyon mit dem Fluss Das ist auch Panorama Boah, was? Fall einfach runter Ist okay Wenn ich die runterschieben Schade Vielleicht aufgesteigen Kannst du eigentlich mal runterfallen, glaub ich, ne? Ne, kann gar nicht Ihr habt da eine Sicherung drin Schön Okay Das sieht wirklich episch aus Das ist die Schlucht hier Das ist so geil Kommen wir dann auch irgendwo drüber über die Schlucht Oder geht's hier runter in die Schlucht? Hier geht's runter in die Schlucht Sehr schön Ist auch okay Da ist eine Quest Okay Ich bin offen für alles Hi Herr Kurt Hol Hilfe Ganz ruhig Wie heißt du? Was ist passiert? Herr Kurt Hol Hilfe für Scheuerfels Die Grau hab ich gekommen Sie töten meinen Bruder Töten alle Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann Tod aus dem Himmel Okay Stehen wir noch in der eben Quest dazwischen Wir werden schon auf dem Weg sind Wo ist denn das genau auf der Karte? Ist das irgendwie in der Nähe hier? Ähm Ne, eigentlich nicht Ist irgendwie nicht in der Nähe Ähm Ja, okay Aber die verdorbenen Zone liegt auf dem Weg Ja, okay Dann gehen wir zur verdorbenen Zone Und dann gehen wir auch noch schnell einen Abstecher hoch Das liegt ja eher auf dem Weg Das soll Ich sollte vielleicht mal ein Fenster schließen Nein Sollte ich nicht Okay Dann gucken wir danach einmal vorbei Gucken wir vorbei Machen wir auf jeden Fall Hier müssen wir alle Nebenquests machen Auch wenn wir mit der Hauptstory durch sind Wir spielen nicht auf Optenden Sondern Wir werden hier alles machen Jede Hauptquests Jede Jagdprüfung Ja, ich werde auch die Jagdprüfung irgendwann machen Irgendwann Jetzt gibt's einen Feind mit unserem Erzfeind Ah, komm mal her Komm doch Alter Heftig Geil Aua Okay, jetzt sind wir runtergekickt worden Alles Aua Der ist schon fast down Nice Das war ja easy Vielleicht auch unser Oh, scheiße Unser Pony ist Bad Okay Wir holen uns ein neues Wir holen uns ein neues Pony So Easy Wenn die schon auf dem Weg waren Das sind meine Erzfeinde Und dann mussten wir da auch einfach mal drauf fahren So 200 Schritte Verderbar oder Was ich will sagen Verwüster Achso, verdüster Ich verweste immer verwüster und verderbar Ah, der kommt hierher Scheiße Dann komm mal hierher Dann komm mal hierher Hallo Komm her Komm her Komm her Nicht du Kleiner Der Große soll ja kommen Komm Hier komm Hier komm Jetzt, Alter Beleg deinen fetten Arsch Ich war jetzt hier nicht ewig Ich kann dich auch einfach ausradieren Mit deiner eigenen Kanone Wenn du das willst Oder wir sind Freunde Das kannst du dir aussuchen Easy Der ist auch schon böse auf uns Den kriegen wir noch überbrückt Sehr schön Das braucht aber ewig Unser Freund Ja Können wir gerne aufräumen Die Wäsche da drüben Haben mich gerade vorher Ein bisschen bloß angeguckt Guck mal Guck mal Das ist ein Meter von uns Der ist nämlich gerade von der Seite getroffen Der ist tot Kommst du mal bitte Hallo Lass du dir mal bitte alle weg Den interessiert das nicht Ich hab dich überbrückt Kumpel Hallo Hier sind Feinde Guck mal Ich bring sie dir sogar mit Interessiert denn nicht Doch jetzt Dass man den zuerst bitten muss Das ist ja unglaublich Ja okay Aber wenn er es da mal macht Dann One Hit Ja okay Ich hab mir mehr durch dich erwartet Dass du irgendwie mitläufst Oder so Guck mal hier Süß Süßer kleiner Fratz So weiter geht's Ich muss echt mal auf die Aufnahme achten Manorama Wie geil Wo geht's da oben Hätte ich weggeditiert Oh sonst Geil Was ist das Verdorberner Steinbrecher Ja geil Was denn sonst Was fehlt uns denn Was wenn er uns jetzt schon detektet hat Ich hab nur noch eine Eisbombe Kommst du mal bitte schnell hoch hier Hat nicht gereicht glaube ich Doch Ist 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 Fass Oh Pack mal wieder Drei Pfeile drauf Okay das hat ganz gut Schaden gemacht Aber ich glaube Der streift sich quasi Seine Effekte ab Wenn er Untertaucht Er hat doch die Effekte drauf Oh Oh shit Ich kann echt nicht nachcraften Okay Da du eins von diesen verdorbenen Viechern bist Bist du Anfällig auf Feuer Dann nutzen wir das doch aus Würde ich sagen oder So Das macht ihn nicht langsam Er kriegt dadurch nur mega Charme Alter ich hör doch Hör doch auf hier Das macht die gänzlich unsympathisch gerade Da hat man drei Pfeile drauf gezogen Okay Verdorben sind die Viecher echt Fies Aua Fuck you Alter Alter Das ist dreckig Alter bleib doch mal oben Das ist scheaten was du machst Jetzt hier Wie oft habe ich jetzt bitte Auf seinen Lohrbälder geschossen Ja ist okay Lass es regnen Okay Das ist gerade leicht Bosskampf Like Wie ich mir die drei Pfeilen Gegen den Typen hier vorgehen will Heb doch mal dein Köpfchen Oder nicht Ich will doch nur Deine Lohrbälder hochgehen lassen Alter Ich habe deine Lohrbälder ganz kurz gesehen So wieder drei Pfeile drauf Und wir möglichst viel Schade Bei einem Schuss austeilen können Aua 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 Weck 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 Komm Ailo leg noch einen dritten Pfeil drauf Da ist er ja Hab ich gehört Dass deine Behälter da auf dem Rücken Ist ja Anfällig Aua Sind Alter Der fordert mich schon Ne Alter das ist Cheaten Das ist Cheaten Was du gerade machst Alter Geh weg Frisch das Was ist denn der Dulli Da kommt er wieder Da ist er doch Alter Ja man Easy Ich habe kein Problem Ah Verderbnis Ah Hä Ein zweiter Was Ist das jetzt ein Bug Wieso ist jetzt auf einmal ein zweiter Aua Alter Jetzt spamme ich hier nicht voll Wieso ist jetzt einfach mein zweiter Okay Wir sollten eine etwas längere Folge Leute Sehe ich schon Ich komme nicht so weit Doch es hat gereicht Krafte nach Ich habe nicht so nach Kraft Mein Zeug geht zu Neige Mein Zeug geht zu Neige Ich habe noch Feuerpfeile Wieso ist es denn mal Fahrt mal drei Feuerpfeile drauf Das sollte ihn gut entflammen Ich wüsste wo er ist Wo ist der Dulli So er brennt Ne er brennt noch nicht voll Jetzt brennt er voll So Jetzt geht er schon mal gut Feuer schaden Jetzt können wir den geerteten Pfeilen drauf halten Oh shit Aua Ja danke dir Alter das ist Cheaten Verpiss dich Das ist Cheaten Das brauchst du mir nicht erzählen Der Cheatet Der Cheatet So Wir sind out of Heilungspfeile Danke dir Okay Jetzt wird es wirklich One on one Okay Noe Wälder Man Okay Jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren Er kann uns töten Wir haben keine Eilungstränke mehr Oh shit Weg Weg Die sind doch P Die Viecher Ich habe jetzt einen Stärkungstraße Ne Ich habe keinen Bock drauf Du wirst brennen Verdammt Er brennt nicht Du bist ein verdorbenes Vieh Du würdest anfällig drauf sein So Jetzt brennst er Sehr schön Das bin ich Sozial Wo geht er hin Was macht er da Shit 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 Weg 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 So ein Feuerpfeil hat ja vorher ganz gut funktioniert Dann werden wir das nochmal versuchen Shit Weg 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 Alter, das Feuer hat schon wieder komplett abgeklungen Alter, jetzt ernsthaft? Ich hab nie so viele Stärkepfeile, verdammt Der taucht immer so lange unter, dass der komplette Feuerball wieder runter geht Das ist assi Ich sag doch, der cheatet Jetzt ballert er wieder seine blöden Steine her Komm, es reicht ein Dreifachschuss aus So, er brennt Sehr schön, er brennt Das zieht ihm nur die Konstant-Schaden ab Was sehr geil ist Das war es Verlorene Zone abgeschlossen Stufe 40 erreicht, was? Jetzt schon? Geil Was? Er hat 10.000 AP gegeben? Ja Geil Danke dir So, dann looten wir den da drüben auch noch oder haben wir den schon gelootet? Nein, haben wir nicht Verdeppnis und Feuer Alter, 42% Feuer, was? Okay Bist du was? Das machen wir in der nächsten Folge Ah, ich muss Heilung suchen Ah, ihr hattet nachher ein Feuertranke gehabt Mann Oder setzt ihr nicht direkt Feuer ein? Also wenn wir mal shoppen gehen, Heilung und so weiter Das ist alles wichtig Aber Leute, ich würde erstmal sagen Das war's mit der heutige Folge von Horizon Zero Dawn Alles war mir da mal mega intensiv Mit diesen zwei Steinbrechern Wir dachten, einer ist genug Aber nein Wir hauen im Real noch einen zweiten auf den Kopf Die Idee, Horizon Ah Leute, ich würde sagen Bis morgen um 15 Uhr Lasst ein Kombi da Und gebt eine Bewertung ab Ransack, ciao Macht's gut Und bis zum nächsten Mal, Leute Tschö